Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit gehört zu den umstrittensten Lehren der römisch-katholischen Kirche. Äh, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Natürlich nicht das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma ist umstritten, sondern eine vollkommen falsche Auslegung desselben. Denn die päpstliche Unfehlbarkeit bedeutet ja nicht, und das ist ja das, was viele Leute annehmen und was viele Leute missdeuten, oder auch teilweise absichtlich falsch interpretieren. Das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes bedeutet nicht, ich betone nochmals, nicht, dass der Papst von jeden Fehlern frei ist und dass der Papst ein unfehlbarer Mensch ist, so wie Jesus Christus, und dass alles, was der Papst jemals gesagt und getan hat, vollkommen richtig sein muss. Das ist falsch. Wenn der Papst ex cathedra in seinem Titel oder in seiner Funktion als Lehrer aller Christen über ein Dogma, ein endgültiges Urteil fällt, weil alle Konzilien und alle namhaften Kirchenvertreter sich einig sind, dass ein Dogma stimmt, dann darf der Papst Kraft seines Amtes, weil Simon Petrus ja in Rom die katholische Kirche gegründet hat und somit der erste Papst war, dann darf der Papst ex cathedra ein Lehrdogma, das unbestürtend ist, beglaubigen Kraft seines Amtes. Das ist es, was mit päpstlicher Unfehlbarkeit gemeint ist. Und das ist das, was als päpstliches Unfehlbarkeitsdogma bezeichnet wird. Und was man dazu noch sagen muss, ist ganz einfach die Tatsache, dass dieses Dogma sehr selten angewandt wird. Um ganz genau zu sein, ein einziges Mal, und zwar im Jahre 1950 von Papst Pius XII. Selbiger, ein großer Gottesmann, der ja fast eine Million Juden vor der verbrecherischen NS-Deportation bewahrte, dieser Mann hat damals das Dogma der leiblichen Aufnahme in den Himmel von Maria als unfehlbares Dogma anerkannt, weil einfach die Lehrentscheidungen darüber ganz klar waren. Das war die kirchliche Tradition, das war der biblische Befund, vor allem wenn wir in Offenbarung XII sehen, das hat die Offenbarung der Jungfrau Maria selbst immer wieder klar und deutlich gemacht und das war eigentlich vollkommen klar. Das bedeutet, Pius XII. hatte damit jedes Recht, dies zu tun und es war nichts Falsches, es war nichts Ketzerisches, im Gegenteil, es war gut, dass das nochmal nachdrücklich gesagt wurde. Aber das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma etablierte sich in einer Zeit, in der es sehr notwendig war, dies zu tun. Und damals war die Kirche existenziell bedroht. Zurückgegangen ist das auf den Papst Pius IX. 1846 bis 1878. Und viele Leute behaupten nun, ja der habe ja das gemacht, damit er tun und lassen könne, was er wolle, damit er sagen könne, was er wolle, damit er einfach freie Entscheidungsgewalt hat. Und dieser Pius IX, das war ja gemäß dieser Leute auch noch ein ganz erzkonservativer Mensch gewesen. Und der wollte halt einfach freischalten und walten, sagen die Leute. Und selbst der Vatikan-Korrespondent der Bild-Zeitung Andreas Englisch sagte einmal, dieser Mann sei einer der umstrittensten oder sei ein umstrittener Papst. Und dieser habe seine Untertanen durch eine fremde Armee angreifen und töten lassen, habe Hinrichtungen auf dem Petersplatz angeordnet und Demokratie, Gedanken- und Pressefreiheit sowie den Respekt vor anderen Religionen bekämpft. Und, naja, dann gleichzeitig sagt er, eben dieser Pius IX. könnte ja durch die Wunder von Lourdes von Gott selbst bestätigt worden sein. Darüber ist auch er verwirrt. Die Erklärung für diese seltsamen gegensätzlichen Eindrücke ist ganz einfach. Denn das Pontifikat Pius IX. wird oftmals vollkommen falsch gedeutet. Und wenn man sich ansieht, was Papst Pius IX. damals zu tun hatte, dann werden wir sehen, das ist auch hier dargestellt, die Päpste am Steuerrad, am Steuerruder der Kirche Gottes, des Schiffes, das quasi zu kentern droht und das die Päpste wieder quasi auf Stand bringen mussten. Und da sieht man eben, da wird auch verständlich, weshalb Pius IX. das tat, was jeder Seemann tun würde. Denn damals standen die Zeichen eben auf Bedrohung. Noch nie stand man einer so mächtigen Bedrohung gegenüber. Noch nie peitschten die Wellen, auf denen das Schiff Petri trieb, sozusagen so hoch. Und noch nie war es so ernsthaft vom Kentern bedroht, als zur Zeit Pius IX. Und das sehen wir uns jetzt an. Das so glanzvolle 18. Jahrhundert, das goldene Zeitalter der Aufklärung, so wie es immer wieder genannt wurde, das endete mit einem Massaker. Und zwar mit einem Unseligen. Im Namen der glorreichen französischen Revolution, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf ihre Fahnen geschrieben hatte, wurden innerhalb von einem Jahr mehr Menschen ermordet, als es etwa beim Kreuzzug gegen die Katara gab. Dabei standen Kirchenvertreter den Idealen der Revolution anfangs durchaus positiv gegenüber. Aber das Problem ist halt gewesen, dass diese Toten dieses Massakers, das waren Männer und Frauen der Kirche, Bischöfe und Priester, Mönche und Nonnen. Und die haben ein schlimmes Verbrechen gemäß der damaligen französischen Revolutionsregierung begangen. Sie haben sich zu ihrem Glauben bekannt und wollten davon nicht abrücken. Wie gesagt, die Kirchenvertreter standen den Idealen der Revolution anfangs positiv gegenüber. Als die Generalstände am 5. Mai 1789 in Versailles zusammentraten, herrschte ein breites Einvernehmen zwischen den Vertretern des ersten Standes, dem Klerus, und des dritten Standes, dem Volk. Immerhin schlossen sich vier Bischöfe und 149 Priester dem dritten Stand an, als sich die Nationalversammlung konstituierte. In der Opfernacht, in Anführungszeichen, vom 4. nach den 5. August 1789, verzichtete der Klerus auf seine alten Feudalrechte zugunsten der Bürger und Bauern. Dann feierte man die Aufhebung aller Standesunterschiede mit dem Gesang des Tedeums. Großer Gott, wir loben dich. Am 27. August wurden die Menschenrechte zum Staatsgesetz erklärt und fortan wurde allen Franzosen Gewissens- und Religionsfreiheit garantiert. Und um die Finanznot des bankrotten Staates zu decken, ging es aber jetzt los. Denn dann dachte man, naja, man könne einfach mal das gesamte Kirchengut enteignen. Die neuen Machthaber sagten zu, den Unterhalt der Kirchen, die Besoldung der Geistlichen und die kirchliche Fürsorge auch weiterhin zu garantieren. Doch damit wären die Grundlagen für die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche zerstört, so argumentierte der Klerus und verließ unter Protest die Nationalversammlung. Weil auf der einen Seite Freiheit aller Religionen forderte und auf der anderen Seite die Kirche dann ihres Fundaments zu überrauben, das macht nicht allzu viel Sinn. Vor allem, weil die Kirche ja selbst diese ganzen Werte und Ideale unterstützt hatte. Naja, aber damit war die Geschichte natürlich noch lange nicht gegessen. Die Radikalen unter den Revolutionären erklärten ihm am selben Tag den Krieg. Jetzt konnte der Plan des führenden Philosophen der Aufklärung und erklärten Kirchengegners Voltaire, die in Anführungszeichen abscheuliche Kirche zu zerschlagen, in die Tat umgesetzt werden. Fortan wehte dann auch ein anderer Wind in Frankreich. Am 13. Februar 1790 wurden mit der Begründung, dass Mönche und Nonnen nutzlos seien, alle nicht-karitativen Orden und Klöster aufgehoben. Am 14. April fand die Zwangsentzereignung der Kirchengüter statt. Am 12. Juni schließlich erklärte die neue Verfassung aller Geistlichen zu Staatsbeamten, die mit dem Papst nur noch ideell verbunden sein durften. Einen Monat später nahm die Revolutionsregierung eine Neuordnung der Bistümer und Pfarrgemeinden vor. 4.000 Pfarreien im ganzen Land wurden aufgehoben. Ab dem 27. November 1790 verlangte der Staat dann vom Klerus, dass er einen Eid auf die neue Verfassung ablegte, die den Katholizismus auch noch als Staatsreligion abschaffte, nur noch von einem diffusen höchsten Wesen sprach und die Religionsfreiheit nur insofern garantierte, solange sie nicht durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört, sich also, um es auf gut Deutsch zu sagen, dem Staat unterzuordnen. Den unvereidigten Priestern wurde verboten, öffentlich zu wirken. Hilfesuchend wandten sich die Leute und die französischen Bischöfe dann an den Papst. Nach langem Zögern entschied Papst Pius VI. von 1775 bis 1799 im April 1791, nicht vor den revolutionären Kirchenfeinden zu kapitulieren. Die Priester, so schrieb er, sollten den Eid verweigern. Wenn sie ihn bereits geleistet hätten, dann sollten sie ihn widerrufen. Die Kirche also musste unabhängig bleiben, dürfe sich also nicht zum Spielball eines säkular ausgerichteten Staates degradieren lassen. So verweigerten 118 der 125 französischen Bischöfe und über die Hälfte der Geistlichen den Verfassungseid, trotz der Androhung schwerster Repressalien. Zudem widerrief ihn ein Großteil der Priester, die ihn bereits geleistet hatten. Damit war der Bruch zwischen Kirche und revolutionärem Staat vollzogen. Die Revolutionsregierung antwortete nun mit drakonischsten Maßnahmen. Im Sommer 1792 wurden die letzten Klöster geschlossen, kirchliche Prozessionen und das Tragen geistlicher Kleidung in der Öffentlichkeit unter Strafe gestellt. 2000 Priester, die den Eid verweigert hatten, wurden eingekerkert. Zehntausende flohen ins Ausland oder gingen in den Untergrund. 300 Priester, darunter drei Bischöfe, wurden in Pariser Gefängnissen hingerichtet. Im Dezember 1793 wurde das Christentum in Frankreich sogar abgeschafft, offiziell und der Kult der Vernunft in Anführungszeichen eingeführt. Priestern, die das Land noch nicht verlassen hatten, drohte sogar jetzt die standrechtliche Hinrichtung. Innerhalb eines Jahres ermordete der revolutionäre Mob 22.938 Geistliche. Man kann also von einem Genozid am römisch-katholischen Klerus in Frankreich sprechen. Die meisten Kirchen wurden geschlossen und geplündert oder zu in Anführungszeichen Tempeln der Vernunft umfunktioniert. Der kirchliche Kalender wurde sogar noch abgeschafft und nach den Plänen des Revolutionsführers Maximilien Robespierre sollte alles, was an die verhasste Kirche erinnerte, aus Frankreich verschwinden. Sogar Städte und die Namen von Heiligen, die die Namen von Heiligen trugen, ja die wurden umbenannt. Erst nach dem Sturz Robespierre erinnerte man sich allmählich an die in der Verfassung garantierte Religionsfreiheit. Und das, was da geschah, das hat natürlich nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Ab 1795 durften dann die ersten Geistlichen wieder ins Land zurückkehren. Ihre Lage verschärfte sich jedoch erneut, als es 1798 zum Krieg Frankreichs mit dem Kirchenstaat kam und Rom von Revolutionstruppen besetzt wurde. Pius VI. starb in französischer Gefangenschaft. Sein Nachfolger Pius VII. von 1800 bis 1823, gewählt auf einem Konklave in Venedig unter dem Schutz Österreichs, schloss nach mehrmonatiger Verhandlung mit Napoleon Bonaparte 1801 ein Konkordat, das den Fortbestand des Kirchenstaates sicherte und im Gegenzug die französische Verfassung anerkannte. Das Heilige Jahr, das 1803 nachgefeiert wurde, hatte Signalwirkung und führte zu einer umfangreichen Neumissionierung Frankreichs. Das Papsttum hatte die schwerste Christenverfolgung in Europa seit der Antike überstanden und musste sich nun auf schwierige Zeiten einstellen. 1808 besetzte Napoleon erneut den Kirchenstaat und setzte den Papst wiedergefangen. Als dieser mit der Exkommunikation des Kaisers reagierte, was auch vollkommen zu Recht gewesen war, wurde er nach Fontainebleau bei Paris verschleppt. Erst die Niederlage des Korsen brachte ihm die Freiheit. War der Kirchenstaat seit tausend Jahren ein Garant für die politische Unabhängigkeit der Kirche und des Papsttums, stand seine Existenz jetzt auf dem Spiel. Zwar wurde er 1814-15 auf dem Wiener Kongress noch einmal bestätigt, doch letztendlich waren seine Tage gezählt. Weder Österreich noch Frankreich, das unter dem katholischen Kaiser Napoleon III. plötzlich die Rolle der Schutzmacht des Papstes spielte, konnten auf Dauer die nationale Einigungsbewegung 1849 bis 1878, die konnten einfach diese in Italien nicht aufhalten. So wurde das Pontifikat Pius IX von 1846 bis 1878 zu einem der wichtigsten Wendepunkte in der Kirchengeschichte. Er war gleichermaßen der letzte Papst einer kirchlichen Monarchie und der erste Papst der Moderne. Dass der Grafensohn Giovanni Conte Mastei Ferretti am 13. Mai 1792 in Senigallia, an der Adria geboren wurde, das erwies sich als Wink der Vorsehung. Es war das Jahr der größten Bedrängnis für die französische Kirche. Er selbst entstammte dem ebenfalls verfolgten Adel und Senigallia war eine Gründung des Sennern, eines aus Gallien, Frankreich ausgewanderten keltischen Stammes, dessen einstige Heimat das Gebiet und die Bischofsstadt Sen war. Wenn Gott ein Zeichen zu uns spricht, um seine Pläne zu offenbaren, dann war das Leitmotiv für das Leben des späteren Papstes im Augenblick seiner Geburt vorgegeben. Auf dem Konklave 1846 wurde er zunächst als Kompromisskandidat gewählt. Der verhältnismäßig junge, damals 54-jährige Kardinal, galt als gleichermaßen glaubenstreu wie fortschrittlich und überzeugte durch seine fromme Lebensführung und seine stets freundliche und verbindliche Art. Kaum im Amt erwies er sich dann entgegen der ganzen Vorurteile, die man heute so hört, als erstaunlich liberaler Papst. Er begnadigte alle politischen Gefangenen, gab erst Rom, dann auch dem Kirchenstaat eine bürgerliche Verfassung und einen Staatsrat. Jeden Donnerstag empfing er die Gläubigen in öffentlichen Audienzen. Österreich, das nach dem Wiener Kongress die Rolle der Schutzmacht für das Papsttum übernahm, zeigte sich misstrauisch und verstärkte die Truppen im Land. Der Papst protestierte und wurde über Nacht zum Helden der italienischen Unabhängigkeitsbewegung. Der Nationalist Massini forderte Pius IX. sogar auf, sich an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen. Erst als die Forderungen der Nationalrevolutionäre immer radikaler wurden, sie neben Pressefreiheit und bewaffneten Bürger wären, auch die Entfernungen der Jesuiten verlangten, machte er einen Rückzieher. Er wollte nicht denselben Fehler begehen wie die Kirche in Frankreich, die ihre eigenen Mörder an die Macht gebracht hatte. Immerhin wurde die italienische Unabhängigkeitsbewegung ganz offen von den Freimaurern unterstützt, die erklärte Kirchenfeinde waren. Ende 1848 spitzte sich die Lage im ganzen Land zu. Als in der österreichischen Lombardei im März die Revolution ausbrach, erklärte König Karl Albert von Savoyen Österreich den Krieg. Hinaus mit den Barbaren forderte man in ganz Italien. Der Papst aber stand vor einem Interessenskonflikt. Weder konnte er seine eigene Schutzmacht preisgeben, noch wollte er sein eigenes Volk verraten. Als er erklärte, er müsse in seinem Amt allen Völkern mit der gleichen väterlichen Liebe begegnen, wurde er zum eidbrüchigen Vaterlandsfeind abgestempelt. Im November 1848 erschossen dann radikale Revolutionäre den ersten päpstlichen Ministerpräsidenten, Graf Pellegrino Rossi, bei der Eröffnung der Abgeordnetenkammer. Am nächsten Tag belagerten sie dann den Papstpalast auf dem Quirinial, verlangten von Pius IX. die Kriegserklärung an Österreich, die Proklamation der italienischen Einheit und eine neue Regierung. Der Papst erwiderte es, widerspreche seiner Würde als Oberhaupt der Weltkirche, sich von rebellen Bedingungen diktieren zu lassen. Zudem, so sagte er, sei er nicht bereit, einer christlichen Großmacht wie Österreich den Krieg zu erklären. Als die Revolutionäre den Quirinal beschossen und es dabei zu mehreren Todesopfern kam, genehmigte Pius IX. zumindest die vorgelegte Ministerliste, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Dann floh er als einfacher Priester verkleidet in der Kutsche des bayerischen Botschafters nach Gaeta. König Ferdinand von Neapel nahm ihn dort mit offenen Armen auf. In Rom aber wurde die Republik ausgerufen. Nun schaltete sich Frankreich ein, um die auf dem Wiener Kongress festgelegte Europäische Ordnung wiederherzustellen. Nach zweieinhalb Monaten erbitterter Kämpfe gegen die Truppen des Nationalistenführers Giuseppe Garibaldi eroberte die Armee Louis-Napoleons, Napoleons III Rom und stellten die päpstliche Herrschaft wieder her. Der Großteil des Kirchenstaates, die Romagna, die Marken und Umbrien, musste dagegen aufgegeben werden. Doch Pius IX. konnte in die ewige Stadt zurückkehren und schlug jetzt einen konservativen antiliberalen Kurs ein. Von den Nationalisten, die er einst unterstützt hatte, fühlte er sich schändlich verraten. 1861 ließ sich Victor Emmanuel II. zum König von Italien ausrufen. Sein Ministerpräsident Graf Cabour forderte den Papst auf, den neuen Staat anzuerkennen und auf Rom zu verzichten. Im Gegenzug sicherte er ihm die Anerkennung seiner Souveränität und zahlreiche Privilegien zu. Pius IX. lehnte die Vorschläge ab. Er konnte, er wollte sich nicht von einer Macht abhängig machen, die ihr feindseliges Antlitz gerade erst gezeigt hatte. Erst als 1870 der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, als Frankreich gezwungen war, seine Truppen aus Italien abzuziehen, fielen die Piemontesen über Rom her und eroberten nach kurzer Beschießung die ewige Stadt. Der Protest des Papstes blieb ungehört, die Exkommunikation aller an der Eroberung Beteiligten wurde ignoriert. Im Juni 1871 wurde Rom die neue Hauptstadt des Königreichs Italien, der Quirinal-königliche Residenz. Damit endete ein 1100-jähriges Kapitel der Kirchengeschichte. Ein 1100-jähriges Kapitel der Kirchengeschichte, die Zeit der Papstkönige, der irdischen Macht des Papsttums. Pius IX. zog sich in die von mächtigen Mauern umgebene Residenz neben dem Petersdom zurück und bezeichnete sich dann als Gefangener im Vatikan. Er weigerte sich, Entschädigungen der italienischen Regierung anzunehmen. Die Liebesgaben der Gläubigen, der sogenannte Peterspfennig, reichte ihm. Erst durch den Lateralvertrag und das Konkordat von 1929, das Pius XI. geschlossen hatte, wurde der Rechtsstatus des Vatikanstaates gesichert. Was dem Papst blieb und was auch in seinen Augen viel wichtiger sein sollte, war die geistliche Rolle des Nachfolgers Petri. Schon in den Jahrzehnten nach Gaeta hatte er ganz auf eine innerkirchliche Erneuerung gesetzt, um den Kräften der Aufklärung und des Liberalismus, die der Kirche seit der Französischen Revolution stets feindlich gegenübergestanden hatten, zu trotzen. Hatte die Kirche im Allgemeinen und das Papsttum im Besonderen durch den Säkularisierungsprozess in ganz Europa alle weltlichen Güter verloren, so galt es jetzt, ihre geistliche Macht zu konsolidieren, sie innerlich zu festigen. Sein erster Schritt in diese Richtung war die Dogmatisierung der Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Sie hat, auch wenn viele Nicht-Katholiken, das Glauben, nichts mit der Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist zu tun. Vielmehr besagt sie, dass Maria selbst von jedem Makel der Erbsünde unversehrt, jedoch auf natürliche Weise von ihrer Mutter empfangen und geboren wurde. Diese Vorstellung geht auf das Proto-Evangelium des Jakobus zurück, lässt sich aber auch biblisch festen machen. Schon im 9. Jahrhundert wurde der Erwählung Mariens im Mutterleib in einem besonderen Kirchenfest gedacht. Bernhard von Clairvon, Albertus Magnus, Bonaventura und Thomas von Aquin hatten diese Lehre der unbefleckten Empfängnis im Mittelalter vertreten und theologisch ausformuliert. Als Pius IX daher 1849 noch aus dem Exil in Gaeta in einem Rundschreiben an die Bischöfe der Weltkirche vorschlug, diese Lehre zum Dogma zu erklären, stieß er auf die begeisterte Zustimmung einer überwältigenden Mehrheit. Nur vier Bischöfe äußerten ihre Zweifel. So wurde der neue und doch so alte Lehrsatz am 8. Dezember 1854 von Rom aus im Beisein von 200 Bischöfen aus der ganzen Welt feierlich verkündigt. Damit stellte der Papst die Erneuerung der Kirche ganz unter den Schutz Mariens. Als die Gottesmutter 1858 dann auch noch im französischen Lourdes dem Landmädchen Bernadette Soubirous erschien, antwortete sie mit Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das wurde als himmlische Bestätigung des neuen Dogmas gewertet. 1864 veröffentlichte Pius IX. dann das wohl umstrittenste Dokument seines Pontifikats, nämlich den Syllabus der Irrtümer, eine Auflistung von Ansichten und Positionen, die seiner Ansicht nach im Widerspruch zur kirchlichen Lehre standen. Kritiker sahen darin eine von dem gekränkten Papst gegen das 19. Jahrhundert geschleuderte Herausforderung. Dabei galt das Dokument nur als Richtlinie und hatte nie dogmatischen Charakter, was man auch nicht vergessen darf. Sein Ziel war die Abgrenzung von einem um sich greifenden politischen Totalitarismus und geistigen Nihilismus. So stellte der Syllabus nicht nur den Pantheismus, den Nationalismus, also die Ignoration göttlicher Offenbarung und Erlösung, den Naturalismus und den Rationalismus, die geheimen Gesellschaften, also die kirchenfeindlichen Freimaurer zum Beispiel und in einer klugen Vorwegnahme auch Sozialismus, Kommunismus und militanten Nationalismus in Frage, sondern eben auch den Liberalismus und die Religions- und Bekenntnisfreiheit. Am Ende heißt es gar, es sei ein Irrtum anzunehmen, der römische Papst könne und müsse sich mit dem Fortschritt, dem Liberalismus und der modernen Zivilisation versöhnen und vereinigen. Natürlich klingt das aus heutiger Perspektive als stockkonservativ, etwa so, als sei der Papst gegen die Moderne und den Fortschritt an sich, gegen Gasbeleuchtung und Eisenbahnen, wie Walter Brandmüller es einmal schrieb. Aus der Perspektive des Jahres 1864 und damit aus dem historischen Kontext heraus, den man hier ganz klar beachten muss, hatte das eine ganz andere Bedeutung, denn indem er die bewusst euphemistisch verpackten Forderungen seiner Gegner aufgriff, wollte Pius IX eigentlich nichts anderes sagen als, der Papst muss sich keineswegs der Politik und dem Zeitgeist unterordnen. Er muss in erster Linie für ewige Werte stehen, für das Evangelium Jesu Christi. Und da hat er doch nicht Unrecht, der Papst. So stellte er nicht den Fortschritt an sich in Frage, sondern mit den blinden, unbedingten Technik- und Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts. Und das ist eine sehr berechtigte Geschichte. Warum? Naja, das ist eine sehr berechtigte Kritik, weil wir sehen, dass Technik auch ihre Grenzen hatte. Das bedeutet, niemand, auch nicht Papst Pius IX, hatte irgendetwas gegen technischen Fortschritt, nur gegen diesen naiven Glauben und daraus abgeleiteten neuen Dogmen und Weltbildern. Sein Widersacher war dabei ein Liberalismus, der jede sittliche Verpflichtung des Menschen pauschal verneinte, und dem er den kirchlichen Wahrheitsbegriff entgegenstellte. So merkte der Historiker Hales zum Beispiel an, wenige denkende Menschen glaubten um 1900, dass er Recht gehabt habe. Es schien notwendig zu sein, Entschuldigungen für den Syllabus zu finden. Noch besser, ihn ganz zu vergessen. Aber wir heutigen, die wir den Kindern des europäischen Liberalismus und der Revolution begegnet sind, die wir erlebt haben, wie aus Massini-Mussolini, aus Heer der Hitler und aus den ersten idealistischen Sozialisten, die unerbittlichen Kommunisten wurden, können jetzt von einer erhöhten Warte noch einmal überdenken, ob Pius IX oder die optimistischen Anhänger eines unfehlbaren Fortschritts Recht behalten haben. So schreibt er. Naja, na gut, nach Ansicht des Kirchengeschichtlers Walter Brandmüller war der Syllabus sogar ein Dokument von geradezu prophetischer Weitsicht, was in der Tat verurteilt wird, so schreibt er. Sind vom Kommunismus bis zum Nationalismus und Totalitarismus all jene Ismen, denen die Menschheit die Katastrophen des 20. Jahrhunderts verdankt. Das bedeutet, es war sogar prophetisch und vorausschauend, was Papst Pius IX hier geschrieben hatte. Im selben Jahr, in dem er den Syllabus veröffentlichte, teilte der Papst den Kardinellen mit, dass er die Einberufung eines allgemeinen Konzils plane. Das war an sich eine Sensation, denn seit über 300 Jahren hatte kein Konzil mehr stattgefunden. Im 16. Jahrhundert wurde das Konzil von Trient zum Symbol für eine Selbstreinigung und einen Neuaufbruch der Kirche nach der Dekadenz und Korruption der Renaissancezeit und zur Antwort auf die Reformation. Das 19. Jahrhundert, die Aufklärung, die Industrialisierung und der Aufstieg säkularer Nationalstaaten stellte die Kirche vor neue Herausforderungen. So stand das Erste Vatikanische Konzil im Zeichen einer Neudefinition kirchlicher Aufgaben und Autorität, ihrer Anpassung an eine neue Zeit. Schon im Vorfeld sickerte dabei durch, dass die Bischöfe, die das Konzil vorbereiten sollten, das Thema der päpstlichen Unfehlbarkeit auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Dass der Papst als Nachfolger Petri durch den Auftrag Jesu, dann stärke deine Brüder, Lukas 22, 32, kombiniert mit der Verheißung, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, Matthäus 16, 18, und dem nachösterlichen Auftrag, weide meine Schafe, Johannes 21, 17, eine besondere Lehrgewalt ausübt, bezweifelte kaum ein Katholik. Schon im absolutistischen Frankreich des 17. Jahrhunderts hatte der Gallikanismus seine Anhänger. Er forderte eine weitgehend unabhängige Nationalkirche, die frei entscheiden konnte, ob sie päpstlichen Erlassen zustimmte oder nicht. Doch es hatte sich auch eine Gegenbewegung gebildet, der Ultramontanismus von Ultramontes über die Berge, im Sinne von nach Rom hin orientiert, der sich durch Liebe und Verbundenheit zur römischen Kirche und zum Papst auszeichnete. Tatsächlich erschien Rom in den Wirren der Revolutionszeit als letzte Bastion des christlichen Glaubens. Versuchten auch die Regierungen der Nationalstaaten, die Bischöfe und Priester zu Staatsbeamten zu degradieren, war dadurch die Unabhängigkeit der Kirche bedroht, musste zumindest der Papst gestärkt werden. Ohne Papst keine Kirche, Ohne Kirche kein Christentum und ohne Christentum keine Gesellschaft. So sagte auch schon der Priester de la Menard. Und speziell in Deutschland, wo seit der Reformation das allgemeingeistliche Klima selbst in katholischen Kreisen Rom kritisch war, da stieß das Konzept natürlich auf heftige Kritik. An der Spitze seiner Gegner stammt der renommierte Kirchengeschichtler Ignaz von Döllinger, der den neuen Anspruch entgegenhielt, Wie oft hätte Geschichte der Päpste bewiesen, dass sie nicht unfehlbar waren. Doch das stimmt halt überhaupt nicht. Da ging es halt nicht um die Frage, ob ein Papst wie jeder Mensch Fehler machen konnte, sondern um die Unumstößlichkeit von Ex-Kathedra-Verkündigungen. Um jene seltenen Fälle, in denen der Papst als Amtsperson für die ganze Kirche eine endgültige Entscheidung über eine Sache des Glaubens oder der Sitte trifft. Ja, außerdem natürlich ging Ignaz von Döllinger hier noch nicht von einer vollkommen differenzierten Sicht auf die Kirchengeschichte aus. Denn wenn Päpste, selbst wenn Päpste einmal rigoros handelten, dann hatte das meist seinen Hintergrund. Denn der Kreuzzug gegen die Katarer war ja wie gesagt kein geplanter Genozid, sondern die Kirche hat ja zuvor mit den Katarern kommuniziert. Die Katarer haben den päpstlichen Botschafter dann getötet und das war damals so etwas wie eine Kriegserklärung oder beziehungsweise es war sogar eine Kriegserklärung. Und deswegen verfehlt die Kritik ihr Ziel, vor allem weil es gar nicht das ist, worüber wir hier sprechen. Als das Konzil am 8. Dezember 1869 im Petersdom eröffnet wurde, war es bereits ein kirchengeschichtliches Ereignis der Superlative. 642 stimmberechtigte Konzilsväter aus der ganzen Welt waren gekommen, mehr als zu jedem früheren Konzil. Eine echte Widerspiegelung der universalen Kirche. Da nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus England und Frankreich kritische Stimmen gegen das neue Dogma laut geworden waren, hatte Pius IX. es kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen. Am 25. Dezember dann aber stellte der Erzbischof von Mecheln den Antrag, es doch zu diskutieren. Und 400 Bischöfe stimmten ihm spontan zu. Obwohl es auch 136 Gegenstimmen gab, konnte der Papst das Mehrheitsvotum nicht mehr ignorieren. Und nach monatelangen, heftigen Diskussionen fiel schließlich am 18. Juli 1870 die Entscheidung. 533 Konzilsväter bejahten die päpstliche Unfehlbarkeit. Nur zwei stimmten dagegen und 57 Gegner waren zuvor mit Erlaubnis des Papstes aus Rom abgereist, was einer Stimmenthaltung gleichkam. Das bedeutet, es wurde auch nicht dazu gezwungen, das irgendwie festzuhalten. Noch am selben Tag wurde der Konzilsbeschluss mit der dogmatischen Konstitution Pastor Aetanus, ewiger Hirte, verkündet. Damit endete das Konzil, aber es endete im allgemeinen Chaos. Am nächsten Tag, dem 19. Juli 1870, brach der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich aus, weshalb dann viele Bischöfe geradezu fluchtartig abreisten. Bald darauf wurden die französischen Schutztruppen aus Rom abgezogen. Die ewige Stadt im September von den italienischen Nationalisten eingenommen. Das Zeitalter des Kirchenstaates endete zeitgleich mit dem Beginn einer neuen Ära des Papsttums. Speziell in Deutschland lehnte man das ganze, das neue Dogma scharf ab. Das protestantische preußische Kaisertum sah seine katholischen Untertanen in einem Loyalitätskonflikt. Konnten sie Kaiser und Papst als Autorität anerkennen, selbst wenn diese unterschiedliche Standpunkte vertraten, drohten sie nicht, zu potenziellen Verrätern zu werden, wenn das Deutsche Reich Krieg gegen die katholischen Nachbarn führte. Schließlich erklärte Otto von Bismarck dem Ultramontanismus im Auftrag des Kaisers den Krieg, der als Kulturkampf in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Bismarcks Ziel war eine preußische Staatskirche. Dabei setzte er speziell auf die altkatholische Kirche, die aus der Protestbewegung gegen das Unfehlbarkeitsdogma hervorgegangen war. Mit dem Jesuitengesetz von 1872 wurden Jesuiten, Redemptoristen und Lazaristen aus dem Reichsgebiet ausgewiesen. Ein Jahr später ließ der eiserne Kanzler einen Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten einrichten und legte die Priesterausbildung in die Hände des Staates. Von elf katholischen Bischöfen in den Preußen wurden fünf inhaftiert und zwei für abgesetzt erklärt. Bis 1878 waren zwei Drittel des deutschen Episkopats ausgeschaltet, über 1000 Pfarreien ihrer Seelsorger beraubt, alle Priesterseminare geschlossen. Hatte man ein halbes Jahrhundert zuvor im Rahmen der Säkularisierung das Kirchenvermögen eingezogen, stellte Preußen 1875 die zugesagten Zahlungen an die Kirche ein. Doch die Mehrheit der Katholiken stellte sich dann auf Seite des Papstes und der Bischöfe. Und die Folge war eine Stärkung des deutschen Katholizismus seiner Vereine und Presse. Speziell aber der katholischen Zentrumspartei im Reichstag. Vor der Welt musste Preußen jetzt als intoleranter Staat erscheinen und gab schließlich den Kampf gegen die Kirche auf. Am Ende seines Pontifikats hinterließ Pius IX eine innerlich gefestigte Weltkirche, deren geistiger Mittelpunkt Rom und deren geistiger Vater der Papst war. So umstritten seine Schritte dorthin waren, so sehr gab das Ergebnis ihm recht. Kirche und Papsttum hatten ihre Rolle beide in der modernen Welt gefunden. Die Weichen waren gelegt für das 20. Jahrhundert. Und da gab es dann auch wahre Giganten auf dem Papstthron. Etwa der heilige Pius X., Pius XII., Johannes XXIII., Johannes Paul II., und so weiter und so fort. So misslang auch der Versuch im Vorfeld seiner Seligsprechung, den angeblich so konservativen Pius IX. gegen den liberalen Johannes XXIII. auszuspielen. Denn der Roncalli-Papst selbst hatte 1959 in seinen Exerzitiennotizen festgehalten, wie sehr dieser ihm ein Vorbild hat. Er war. Er sagt, ich denke immer an Pius IX., heiligen und ruhmreichen Angedenkens. Ich wünschte, ihm in seinem Opferleben zu gleichen. Das Charisma der päpstlichen Unfehlbarkeit, wie gesagt, kam nur ein einziges Mal zur Wirkung. 1950 eben. Durch Pius XII. Und das war aber nichts Neues mit der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Denn er ging auf einen apokryphen Bericht zurück, der dem Bischof Meliton von Sardes aus dem frühen zweiten Jahrhundert zugeschrieben wurde. Wir sehen also, dass die päpstliche Unfehlbarkeit weder dazu da war, dass die Kirche irgendwie irgendeinen Machtmissbrauch starten konnte und damit wollte die Kirche ihre diktatorische Macht nicht festigen. Alles, was die Kirche tun wollte, ist, ihre Existenz zu retten. Und das ist auch durchaus verständlich, wenn man sieht, dass die Katholiken damals wirklich schikaniert wurden, dass sogar ein Massaker am Klerus angerichtet wurde, dass Kirchenvertreter wirklich schikaniert wurden, und zwar durch staatliche Regime. Und dass Papst Pius IX dann so dagegen gesteuert hat, das kann man als Verdienst bezeichnen und dafür sollte er nicht kritisiert, sondern bewundert werden. Also wir sehen, der angeblich so konservative Pius IX unternahm notwendige Schritte, die Kirche und deren Gläubigen zu retten und hatte nichts damit zu tun, dass er ein Diktator oder irgendein Ultrakonservativer war, der alle abschlachten ließ, die keine Katholiken sein wollen. Das ist also ein ahistorisches Bild und deshalb ist die Würdigung Pius IX nicht nur völlig okay, sondern im Anbetracht dessen, dass er die katholische Kirche durchaus mit gerettet hat, wirklich höchst angebracht.